Wir stehen hier vor der Polizei Akademie. Ich unterfange immer und wir gehen rein, oder? Grüß dich. Bitteschön. Du bist im Vortritt. Dankeschön. Schau mal, ich habe jetzt neu ausgerüstet. Ja. Das sind komische Gegner. Weil? Schauen alles aus, als die anderen Truppen bis jetzt. Oh. Das LNB ist vor Ort? Das klingt verdächtig. LNB? Sehen Sie zu, dass Sie den Agenten finden. Aber seien Sie vorsichtig. Das kann eigentlich nur eine Falle sein. Stehst du sonst, klettert er mir mal irgendwo rauf oder so. Jetzt fahren wir gemütlich mit dem Aufzug. Hm, gehört auch dazu. Jetzt habe ich die weiteste Erweiterungsstufe genommen, die ich gehabt habe. Jetzt teilen sich meine Mine in kleineren Minen auch. Okay. Und macht noch immer diesen Brandding, oder? Das habe ich jetzt nicht geschaut, aber wenn nicht, dann sollte ich wieder umstehen, weil Brand ist schon geil. Also sehr effektiv. Schauen wir mal. Nein. Ich glaube da war Brand besser. Das war schon. Nein. Ja. was falsch verdrückt ich brauche Hilfe ok wo ist der eine das habe macht 6200 am kopf nicht schlecht das war auch cool dieses häuserkampf ah das sind geblendet das ist egal ich glaube blenden brauchen wir nicht brand ist auch gefährlich hier im gebäude ich weiß nicht soll ich wieder auf brand umstände oder ich glaube effizienter war es der aufzug ist ein sicherer bereich warte ich stehe noch um wieder so so oh shit warte müssen wir da durch ah nice sind alle weg kratzt kommt jetzt hinter uns dann oder jetzt davon warte ja ok die anzeige einfach jetzt vorhören ich weiß nicht dass er durch den aufzug oder so oh ich bin's nah dran das fertige spiel mal eine runde billiards so auf einem tisch der hinter dir steht wo 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 das wo wo mich Bleibst du auf niemanden dabei? Oh, nice! Wo ist er? Ah, der kommt dort! Äh, links! Oh, da kommen noch welche. Oh, oh! Erlebt der Gegner. Zurück zu hin. Oh! Oh, shit! Was hat dein Geschütz? Co, das steht auf der Mutter? Shit auf dich! Oh, man! So schön! Puh! Und jetzt sind wir ins Kiste. So schön. Ganz wichtig. 45.000 Geld haben. Wir fahren mit dem Lift drauf, damit wir wieder runtergehen. Achtung Agent, wir haben ein Echo in ihrer Nähe. Oh, raunten. Aktives Echo-Signal geordnet. Ich glaube, wir haben ihn gefunden. Hammer? War nicht. So, du hattest eine Chance für mich zu arbeiten und hast beschlossen, mir in den Rücken zu fallen. Unbekannter Division Agent. Das müssen sie nicht tun. Sie brauchen Hilfe, sie sind verrückt. Du widersprichst dem Mann mit der Waffe. Ich würde sagen, du bist verrückt. Ich... Ich fühle mich eigentlich ganz vernünftig. Moment, ich hab da noch was zu erledigen. Ich bin sofort da. Das kann nicht sein. Division Agenten als Verräter, die sich gegenseitig umbringen? Das... Nein. Das gibt's nicht. Okay, Konzentration. Die Shade Tag, die das Echo erzeugt, wurde gehackt. Die Identität des Agenten ist unleserlich. Wenn es bei ihnen einen Sicherheitsraum gibt, kommen wir vielleicht an sie heran. Wenn sie die Überwachungsvideos nicht gelöscht haben und ich sie hochladen kann. Mich würde interessieren, ob es denn so einen End-Boss gibt, weil es so einen richtigen End-Boss. Das werden wir in ein paar Gebieten erfahren. Kein Neustart? Jetzt wird's heftig. Ja, jetzt beginnt's. Uh, da gehen schon Leute. Beeilung! Sie sind nicht mehr allein. Download abgeschlossen. Beginne Upload. Alles auch wieder. Kiste. Ich sehe, dass Agenten der ersten Welle in ihrer Nähe sind, aber sie reagieren nicht auf meine Rufe. Das gefällt mir nicht. Da kommt man da raus. Die Tür wird gelaufen. Oh, okay. Da steht hier noch. Upload abgeschlossen. Abgeschlossen. Hehehe, du sollst du dir. Ich habe es auf oben, Sniper. Der kriegt mich nicht. Feuer. Haben. Das geht aber eigentlich rausballern noch. Ja. Jetzt kommt noch den abtrünnigen Agenten ausschalten. Den abtrünnigen Agenten raus. Würde ich gar nicht. Oh. Der überwältig. Oh shit. Da kann man sich zurückziehen noch. Ja eh. Oh. Oh shit. Nicht. Zurück, 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 zurück. Jetzt kannst du mich vielleicht. Oder er kommt. Er kommt. Er kommt. Kommt. Noch zwei. War noch einer. Ja. Noch zwei. Nicht in die Tür rein. Oh. Ja. Passt. Sorry. Ja. Passt schon. Das einzige. Das Kassel. Das du das genau vor ihm hinlegst. War nicht so. Kommt. Geht das Kassel? Oh. Der wundert mich gleich. Nicht weg. Nicht weg. Nicht weg. Okay. So schon. Der hat ne Mine. Der hat ne Mine. Ja. Der hat ne Mine. Der hat ne Mine. Der hat ne Mine. Warte so. Oh. Der ist da. Ist wieder einer da. Oh. Das ist ja jetzt. Das gehört schon. Genau. Und die Mine hinterher. Ah. Der flieht. Wir können da nicht durch. Warte von da vielleicht. Ah. Jetzt haben wir ihn. Oh. Nachladen. Ah man. Oh shit. Jetzt hab ich nachladen müssen. Kommt noch welche. Passt aber. Das war dann noch nicht der abströmige aber. Wenn dann noch welche kommen. Oh das war abströmig. Ich glaub schon. Oh ja. Ihre Erkenntnisse sind erschüttert. Oh. Dass sich Agenten gegen Agenten wenden und ihren Auftrag verraten. Das hätte niemals passieren dürfen. Gottverdammt. Seien sie von nun an besonders vorsichtig. Ich glaube sie haben einiges an Aufmerksamkeit erregt. Hier Stufe 22. Sehr schön war das. Na gut Leute. Guter Einsatz. Wir werden jetzt hier beenden. Ja. Ich hör mal das da oben. Bis dann. Was sollst du? Haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.